Auf seiner langen Reise durch Europa ist die Schachtel sein wichtigstes Utensil. Sie enthält eine Urne mit der Asche seiner Frau. Darius Kopp ist hier unterwegs. Wir kennen ihn schon aus dem letzten Roman von Theresia Mora. Damals war er Computerfachmann, ein Unentschlossener, der sich treiben lässt. Jetzt hat Mora eine Fortsetzung geschrieben. Darius Kops Aufgabe im Ungeheuer ist es, einen inneren Status zu erreichen und zu erhalten, den er bis dahin nicht hatte. Nämlich zu einem vollständigen Erwachsenen zu werden. Der überhastete Aufbruch ist für Darius eine Flucht. Seine Frau, Flora, hat sich das Leben genommen. Wo soll er sie begraben? Die Fahrt führt ihn nach Ungarn, ihre Heimat, und durch halb Südosteuropa. Mehr noch als die Begegnungen mit anderen Menschen berührt ihn die Lektüre von Floras Tagebuch, das er nach ihrem Tod gefunden hat. Wir lesen diesen Text parallel zu Darius' Reiseschilderungen. Und begreifen noch vor ihm, dass sich Flora in einer düsteren Parallelwelt aufgehalten hat. Flora war krank. Er läuft, sie läuft, ja, und sieht aus, als würden sie gemeinsam laufen, und in Wahrheit laufen sie nicht gemeinsam. Flora kapselt sich mehr und mehr ab, zieht sich in eine Waldhütte zurück, bis sie keinen Ausweg mehr sieht. Die Depression ist das Ungeheuer, das sie vernichtet. Darius begreift dies erst nach ihrem Tod. Wie es nun weitergeht, weiß nicht einmal die Autorin. Aber sie will, so viel ist gewiss, uns noch mehr über ihren traurigen Helden erzählen. Therese Mora hat einen Eheroman geschrieben, wie ich ihn noch nicht gelesen habe. Wir bekommen mit, wie unerbittlich getrennt diese zwei Menschen waren, die sich geliebt haben, aber die nicht zueinander konnten. Und diesen beiden Menschen folgt Therese Mora über sehr lange Zeit, sehr unerbittlich, sehr streng, sehr leicht auch, so dass man sich von dem Buch nicht trennen kann.